Wir haben das Fahrrad Ihrer Tochter im Wald gefunden. Es tut mir leid. Vielleicht hat der Täter hier im Wald auf Sie gewartet? Oder? Schaut er auch an. Ist doch der Black Monk. Blondes, hübsches, junges Mädchen. Wird vom Black Monk vom Fahrrad gezogen und im Wald erstochten. Der Black Monk ist hier vor zwei Wochen das erste Mal aufgetaucht. Irgendeine Ahnung, wer das sein könnte? Das ist so ein Meme aus dem Netz. Er macht mir einen Spooky-Fuck. So lustig ist es leider nicht. Wir suchen einen Mörder. Janas Mörder. Sie haben sich im Samstag mit Jana im Wernclub gestritten. Bullshit. Jana war einer der Besten. Aber sie hat in letzter Zeit nachgelassen. Hat sie Angst gehabt? Wenn, dann hatte sie nur Angst davor, keine gute Not zu bekommen. Warum war sie so versessen darauf? Wegen ihrer Eltern. Die waren nur interessiert an ihren Leistungen, nicht daran, was Jana mochte. Pia Baumholt. Sie hatten eine Beziehung mit ihr? Kurz, das war nichts. Und seine Schwester? Wie hat denn die das gefunden? Keine Ahnung. Ich glaube, das hat sie nicht wirklich interessiert. Die habe ich hier gefunden. Memento Mori. Gedenke des Todes. Ja, nein mehr. Ihre Schwester ist doch schon vorher was passiert, oder? Eine Schnittverletzung, Alter, drei bis vier Tage. Wer immer in dieser Kutte gesteckt hat, der muss einen wahnhaften Hass gegen das Mädchen gehabt haben. Amok-Alarm an der Schule. Bleckmunk mit Messer. Evakuieren bleibt. Also, in der Schule. Die Arbeit für die deutsche Schoen des Todes. Hatte, wir versuchen sie. Ich weiß, was sie für sie ver prendern. Sie haben Zeit, eine gute Idee, mehr Dank, was er. Hier haben wir keine Zerlose. Sie haben die Zerlose oder sie dabei? Untertitelung des ZDF, 2020